Jennifer Die Welt ist in die Zeit der Warnung eingetreten Unser Herr Jesus zu Jennifer am 5. Juli 2023 Mein Kind, ich komme jetzt mit großer Dringlichkeit zu dir, denn die Welt ist in die Zeit der Warnung eingetreten. Ich spreche nicht von der Zeit meiner Heimsuchung, sondern dies ist eine Zeit der Warnung, die die Zeit einläuten wird, in der die gesamte Menschheit in die Knie gezwungen wird, um ihre Seelen so zu sehen, wie ich sie sehe. Mein Kind, diejenigen, die diese Zeit nicht erkennen, wenn das Böse versucht, sich zu erheben, aber gleichzeitig vom Licht der Wahrheit durchdrungen wird, werden sich wie die törichten Jungfrauen wiederfinden. Ich sage meinen Kindern mit großer Dringlichkeit, dass es Zeit zur Umkehr ist. Es ist Zeit, die Stunde zu erkennen, in der sie leben. Ich bin ein Gott der Wiederholung. Die Menschheit muss sich vom Bösen abwenden und die Wahrheit verteidigen. Diejenigen, die sich in Unwissenheit abwenden, werden wie diejenigen sein, die die Warnungen Noas nicht beachtet haben. Ich sage zu meinem Volk, verteidigt und beschützt meine Kleinen. Wie ich bereits zuvor gewarnt habe, liegt das Blut der Unschuldigen auf der Welt, weil zu viele es versäumt haben, sie zu verteidigen und zu beschützen. Wie ich denen, die meinen Kindern in ihrer sündigen Begierde Schaden zufügen wollen. Wie ich denen, die versuchen, meine Schöpfung, meinen Plan zu manipulieren. Es ist Zeit, meine Kinder, zur Quelle meiner Barmherzigkeit zu kommen. Diejenigen, die es versäumen, das Meer meiner Barmherzigkeit zu suchen, werden zum Hafen meiner Gerechtigkeit gelangen. Wende dich von der Dunkelheit ab und suche das Licht, denn ich bin Jesus und meine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit werden siegen. Wie müssen meine Schöpfung machen? Wie müssen Sie alles umge aims an den Mahler Schaden besprochen werden? Vielen Dank.